Den Ruf des Herrn annehmen Worte der Weisheit, 85, die Trompete Gottes, gesprochen von Jackie. Es gibt keine grössere Liebe, als sein Leben für ein anderes hinzugeben, und gesegnet ist derjenige, der den Ruf des Herrn von ganzem Herzen annimmt. Denn ein Diener wie dieser legt jeden Tag sein Leben nieder und trägt sein Kreuz, wie ich es tat. Wenn er aufwacht, kniet er zu Füßen des Herrn nieder mit einem offenen Herzen und offenen Händen, und an diesem Diener erfreut sich meine Seele. Denn die Diener des Allerhöchsten setzen sich für meine Sache ein, und während meine Liebe ausgegossen wird, erfüllt sie die Herzen der Reumütigen, genauso wie meine strenge Korrektur und harte Disziplinierung rasch über die Trotzigen kommt. Denn meine Wege sind keine menschlichen Wege. Ich tue, was für meine Kinder richtig ist, und das, was für jedes Einzelne am nötigsten ist, damit jedes zu seiner Zeit zu mir kommen kann. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr.